jetzt sind wir hier ich bin trotzdem mal als sicherheitsspeicher machen wer weiß was passiert es wird von auch wie geht es auch das so oft zufrieden ich hätte man nicht aus der EZ das ist komische Kästchen der Stoß so machen wir mal Excalibur wenn es 36 auch so leicht ich denke mir hier auch leicht durchkommen ich bin ich gar nicht ich habe ich habe zwei Champions Kienzen ja muss jetzt hochleveln damit es sich digitieren können ich habe ganz ehrlich keinen Bock auf diese E-Titel und es geht weg geht weg das ist das Ding und es war viel hat hier abziehen ich bin ich bin dann herrn gehen dort lassen Schimpfenswürdig Schimpfenswürdig hochheilen die Versicherheit als bevor sie da hier abkacken Schimpfenswürdig jetzt nicht wie du heißt aber du bist cool du kommst du aus bis Fisch ist es angewandt und es tut Hauptmann es ist verdammt ich hasse Wannes ich hab nichts gegen Wannes Wetter aber wenn es so übertrieben es ist sie sind das für ein krankes Schuss aus dem Filippe geben nicht tödlich Hartmann und er bleibt für niemanden der Führer die Impe klopft die Zeit aufmachen weil sie kein Platin-Thema gehen jetzt am Abend jetzt sind weißt du was sie ihr könnt der Treffer das war ich jetzt fahrscht geht doch mal weg gibt es nicht irgendwas so was artiges wie Schutz ich weiß nicht verreckt level up für Sora es war mir irgendwie bewusst dass es hier rauf geht sonst würde hier keine Erhebung sein oh Selfie mann auf beide habe ich gerade irgendwie keinen Bock wieso haben sie nicht das könnte so cool Kronen die Wolle eingebaut so hier längst genau vor ausgang Sporn 3 4 3 2 2 2 Doppel hält besser eigentlich schon aber in dem Fall nicht das ist 4 ganz ehrlich dass so viele verkreuze Wege sind dabei ganz viele es ist sie überlegen aus dem der sie war es aber es ist um um tschüss ich kann ich kacken fliehen ja entfett ist kaum was die wechseln und er hat bis toll sie ja da bist du nicht toll das ist so toll aber ich hab kein bock auf dich jetzt ich hab kein bock auf euch ja ich bin richtig dann tun wir uns mal schön auffeilen braucht jemand Heilung ja du brauchst Heilung du brauchst Heilung zweiter du brauchst Heilung mit dem komponente das ist schon weniger das ist ja noch mal wichtig die Ente nicht noch mal auf bis heute mal dieses furcht verkauft furcht vielleicht bringt mir das ein bisschen money yay evo evo are you alright was für alle evo wo wo w es ist es ist blablabla sei es ist so wie die blablabla blablabla da spiel ab und jetzt hat es mal an um jürgen er hat es nicht getroffen aber ex-caribur hat schon recht drinnen also ich verkieft nicht verkieft hin ich ich so im okay aber zu kannst du bringen und so Dankeschön. It reminds me, how are you now? I don't feel it anymore. When I came to my sins, it must clear out of my system. I can't believe it got both of us. It's a disgrace for us as a member of the four beasts. Everything was going so well. Hey, who are you? LOL He's gone. Maybe he knows something. It's very possible. If that's true, we should chase him. No, we don't know what lies ahead. We should return to Central right now. But, if there really are any bad guys, they will strike again. That's when we will find out their blah blah blah. Yes, understood. Nice job, YuYu. I don't know when Yuemon have returned, thanks to Yu. And now, since the rares is gone, the gate is working. But, Bariumon hasn't been found yet. Currently, we are looking into that. We are also in the midst of investigating their subsistible timber you saw. Oh, okay. I'm sure this is not the end of it. We will need if anything happens again. Yes, sir. Immer dieser Kalumon. Okay. Das ging jetzt mal. Schauen wir uns mal weiter. Ich denke mal, wenn ich jetzt in mein... ...ne Farm-Zugge passiert irgendwas. Ja. Nice to see you again, YuYu. By the way, you have a call. Some tamer named Yuji. From Yuji. I wonder what he wants. Ich traf mich schon wieder jemanden. Hey YuYu. Heard all about it. Must be half rouge. Oh, thanks. The reason I called was to novelty you that all the tamers want to talk about what happened. And if it's alright with you, we'd like to have you also. So how about it? Yes, of course. I will be there. Then meet me at Tamer Plaza. In Central. I will be waiting for you. Tamer Plaza. Stop. Panser. No. It was a big question, didn't you? No. Insane. Also... No. Just kidding. Not to me. Oh, no. I hate that. Thank you, Yuji. Shall we start their meeting now? We don't have what hap... We don't know what happened to Azulang, why? Aber ich bin über die Tamer, die aktuell an den Egemon sind. Could das Person be a bad Tamer? A bad Tamer? Die Tamers, die nicht richtig raiseen die Egemonen und kreieren Chaos. Sie haben ignoriert die Units' Warnungen und verletzten viele Arte. Das ist wirklich schrecklich. Aber die Egemonen und Egemonen sind zu den 4 Beasts und sehr stark. So stark, wann soll ich denn nicht? I can't phantom that bad Tamers alone were able to do anything to them. Wait a minute Phil, what do you mean? Here is my opinion. I think there is an advanced Egemon involved behind the scenes of this last incident. Are you talking about Unundee? Yes, we just don't have Proof this time. So we don't know if it's him or not. Anyway, there is no doubt that someone is plotting a shame in the digital world. So let's combine our efforts and protect the digital world. I agree, let's patrol the areas. A second that motion. From now on, if anything happens we'll investigate and patrol different areas together. Yeah, good idea. Meeting injured. Thanks for coming. Let me see you know what's from here. Then I will go patrol the area. You look tired so go get some rest. Yes, understood. Okay. Hey, Yuji. I will go too. Later Yu Yu. Thank you. I thought the digital world was supposed to be peaceful. I never thought it would be like this. You are wrong, Allie. Peace doesn't exist from the beginning. It's something we all have to create. But Phil, with the help of Yuji and Yu Yu, there is something to worry about. That's alright. I will give you the... Oh my god. Oh yeah. Well, if you say, I feel much better now. Thank you. Of course, I got you covered. Okay. Then let's take a little break from the whole thing. But I think that the whole thing will not be long because the same thing is coming here. Welcome back. Oh, you have a call from the Union. It's an emergency. From the Union? I wonder what it is. I knew it. Oh, Tentemon. I'm glad you are there Yu Yu. There are bad times that are breaking half. A junk factory. I had to ask you this. No problem. Where is everybody else? Everybody is either out and apart or patrolling a different area. Don't worry. I can't go alone. When you do get a hold of the others, tell them to join me immediately. And also be careful. Yeah. Now I come back to the junk factory. In the mill factory. Or the rumpel factory. As you want to call it. I want to call it. In the mill factory. Junk factory. I want to call it for you. Anyway, I'll show you in the mill factory. I can make a trip to the mill factory. It is a pretty clear thing, I'll show you.